Hey Leute, was geht? Wir sind wieder in Notruf Hamburg und heute mal mit einer Folge eure Update Ideen in Notruf Hamburg. Und wir fangen direkt mit der ersten Idee von UserJE1 an. Und er schreibt, ich finde es cool, wenn es man bei Autohaus geht und da 50% ein Auto zu klauen und das gratis wäre. Und wenn man 50%, dann kann man ein Auto auswählen. Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, wie du das meintest. Aber ich interpretiere das einfach mal so, dass man also in ein Autohaus gehen kann. Es gibt natürlich nur eins, ist klar. Aber man geht jetzt hier hin zum Beispiel und hat dann hier zum Beispiel einen Knopf, wo steht Autoklauen. Und man steigt in das Auto ein hier und man fährt halt eben durch diese Glasscheibe hier mit einer epischen, was weiß ich, Zerstörung. Also was drescht man hier so durch. Und dann muss man zum Beispiel halt das Auto zum Schmuggler bringen, beziehungsweise zum Hafen oder halt irgendwie zum anderen Typen. Und dann sagt man hier, ich verkaufe dir das Auto, bla bla bla. Und dann kriegt man halt zum Beispiel 4000 Euro dafür. Und in der Zeit muss zum Beispiel Polizei versuchen, euch aufzuhalten und das Fahrzeug sicherzustellen. Und man muss natürlich aufpassen, dass das Fahrzeug heiler ankommt. So mehr es beschädigt ist, so weniger Geld bekommt man. So verstehe ich die Idee. Keine Ahnung, vielleicht ist sie anders gemeint, aber so verstehe ich das. Bin ich auf jeden Fall eine gute Idee. Also bin ich auf jeden Fall dafür. Dann geht es weiter mit User PQ5 und der schreibt, dass man alles umfahren kann und dass es einen Job gibt, wo man das Containerschiff fahren kann. Und man muss auf Crimes aufpassen und vielleicht eine Fahrschule, also dass man einen Führerschein erst braucht. Okay, das sind viele Ideen in einem Kommentar. Also fangen wir an mit dem alles umfahren. Ja, auf jeden Fall. Das heißt zum Beispiel, so, muss eben kurz hier Bremse raus. Da heißt, ich fahre jetzt mal gegen eine Alterne und die Laterne kippt um. Könnte man auf jeden Fall machen. Ich weiß auf jeden Fall nicht, wie das da aussieht mit dem Entwicklern, weil es ist natürlich immer so eine Sache, das zu programmieren. Ich glaube, alles umfahren geht wahrscheinlich sowieso nicht. Aber man könnte auf jeden Fall irgendwie machen, dass man Verkehrsschilder umfahren kann. Zum Beispiel jetzt hier. So, weil es ist natürlich unrealistisch, dass ich hier mit dem Bugatti, wenn ich hier Beschleuniger auf 50 kmh oder sowas, gegen dresche und dem Schild passiert gar nicht so. Also das wäre auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, auf jeden Fall. Weiter geht es mit den anderen. Und da geht es mit dem Containerschiff fahren. Ich fahre mal eben kurz zum Hafen. Also, wahrscheinlich meinst du mit dem Containerschiff genau das hier. Ja, also auf jeden Fall, in der Größe auf jeden Fall nicht. Weil ich glaube, das würde auf jeden Fall zu extremen Schwierigkeiten sorgen. Unter anderem wahrscheinlich mit Lags und und und. Man könnte vielleicht eine kleine Variante nehmen. Aber wohin soll man halt fahren, ist das Problem. Wir sind hier in Hamburg. Wir haben hier in Hamburg nur Norden das Meer oder Wasser beziehungsweise. Beziehungsweise, ne, das ist ja irgendwie am Fluss und sowas, Hamburg. Ja, auch schwierig. Ich weiß nicht, wohin soll man fahren? Weil ich nach HafenCity zur Elbphilharmonie vielleicht, aber weiß ich auch nicht so recht. Damit auf Crimes aufpassen, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also, wie, man hat ein Containerschiff und muss dann auf Verbrecher aufpassen. Das verstehe ich leider überhaupt nicht. Aber mit der Fahrschule, ich glaube, das hatten wir schon mal in einem anderen Update-Video. Aber, ja, weil ich wäre jetzt kein Freund dafür, dass jeder den Führerschein machen muss. Ich finde das schon ganz gut gelöst, dass man direkt ein Auto hat. Und dann hat man ein Auto und man kann überall hinfahren. Weil, wie blöd ist das bestimmt, wenn man kein Auto hat? Da müsste man ja zum Beispiel nach Hofladen, wenn man einbrechen will, hinlaufen. Dann irgendwie zum Werkzeugladen bricht man ein. Dann geht man zur Bank hinlaufen. Ich glaube, da hat keiner Spaß dran. Und ich meine, Führerschein ist natürlich nicht kostenlos. Also, ja, weiß ich nicht so. Auch nicht so dafür. Aber wie gesagt, auf jeden Fall mit dem Umfahren, dass man so Schilder umfahren kann, finde ich auf jeden Fall ganz gut die Idee. Weiter geht's mit Sören2YouTube, er schreibt. Mit der Ampel könnte man auf dem Stromkasten draufhauen und dann sind da Kupferkabel, die man einsammeln kann und dann beim Stromwerk verkaufen. So, und dann haben wir dann die Ampel hier vor uns. Und die Idee ist ja, dass man hier draufhaut dann eben zum Beispiel. Und dann, ja, geht die Ampel kaputt und man kann irgendwie Kupferkabel raustun oder was. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde die Idee jetzt nicht so gut, weil ich habe noch nie gehört im echten Leben, dass eine Ampel kaputt gemacht wurde. Nur um daraus Kupferkabel rauszuklauen und schreibt an anderen Zuschauern, schlag jetzt mal hundertmal auf den Blitzer. Ne, 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 das machen wir nicht. Das war Bapo. Und ja, weiß nicht, also, weiß nicht, ich habe das noch nie in Real Life gehört, im echten Leben, dass eine Ampel kaputt gemacht wurde. Vielleicht mit einem Brecheisen, aber weiß nicht, eine Ampel so mal kurz kaputt machen mit einem Brecheisen geht auch schwer. Weiß nicht, bin ich auch kein Fan von, leider von der Idee. So, und kommen wir direkt zur nächsten Idee, die von Daniela. Ja, und sie schreibt, es wäre cool, wenn es einen Polizei-Lamborghini gäbe. Ähm, joa, aber tatsächlich muss ich eigentlich sagen, so klar, auf einen Punkt kann ich ich verstehen, weil natürlich als Verkehrspolitik zum Beispiel einfach mal den blöden Hut absetzt, der ist nämlich grausam. So, und ich kann das wohl verstehen, weil das schnellste ist irgendwie der Stuttgart-GMA-Commute und wie auch immer. Und ich habe gerade den BMW, der fährt 240, der fährt 250. Ähm, auf jeden Fall, 250 kmh ist nicht schnell. Die, äh, Kriminellen haben es auch den Bugatti, der fühlt sich viel schneller als der... Hallo, lass mich mal durch hier, bitte. Hallo, hallo, was ist da los? Der fühlt sich viel schneller als ein, ähm, ja, als ein Polizeiauto. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch wieder sagen, also klar, ich glaube hier in Dubai oder sowas, da fahren, äh, fahren Lamborghinis rum mit dem Polizeiauto und sowas, aber ist eine andere Liga, aber zum Beispiel in deutschen Städten habe ich es noch nicht so wirklich gesehen, also weißen, ich fühle, das passt auch nicht so wirklich hier rein. Ich meine, Notruf Hamburg ist ja so ein bisschen realistisch angelehnt, eher so. Und wenn wir hier einen Sportwagen hätten bei der Polizei, so wie so ein Lamborghini oder ein Bugatti, weiß ich, das passt jetzt nicht so rein in der Polizei, habe ich auch jetzt noch nicht so wirklich gehört bei der Polizei, dass sie irgendwie als Streifenwagen einen Bugatti haben oder einen Lamborghini. Deswegen muss ich auch leider bei der Idee sagen, nee, fühle ich nicht so. So, dann geht's weiter mit der Idee von Milo und Milo schreibt, wäre cool, wenn man einen Kofferraum hat und man nutzt fünf Sachen im Inventar, zum Beispiel Taser, Handschellen, Waffen oder so und den Rest im Kofferraum wäre sehr, sehr nice. Da muss ich sagen, möchte ich die Idee gerne so ein bisschen umändern. Also vom Grundprinzip ist sie ganz gut, die Idee, aber ich würde es besser finden, zum Beispiel, das heißt, wenn ich zum Beispiel beim Dealer bin und ich kaufe irgendwie, was weiß ich hier, Metallschläger zum Beispiel und ich habe, ich sehe selber, ich habe kein Geld, Leute, ich kann es nicht kaufen. Ich kann Bayonet kaufen, einfach mal. Und ich habe jetzt zum Beispiel einen Bayonet und man könnte das zum Beispiel, gut, beim Bugatti ist ein bisschen schwierig, aber beim Bugatti im Kofferraum reinlegen zum Beispiel. Das heißt, man versteckt das vor der Polizei und das heißt, ich habe jetzt einfach mal zum Beispiel mein Messer in den Kofferraum reingepackt. So, und wenn ich jetzt reingehe zum Beispiel jetzt hier bei Kriminelle, ihr seht selber, Fahrnungslevel geht weg. Nach drei Minuten wäre das Fahrnungslevel weg und ich hätte aber trotzdem mein Messer hier im Kofferraum drin. Oder zum Beispiel, man könnte Gold reintun oder zum Beispiel irgendeine Sniper. So, das wäre meine Idee, weil zum Beispiel ist das richtig oft zum Beispiel. Komm, ich bin mal eben so nett und schreibe eben den Zuschauern Gute Nacht hier. Gute Nacht. So, und zum Beispiel, dann hat man irgendwie einen Kampf hier im Werkzeugladen und stellt mir vor, hier kommen so zwei Polizisten. Ich gehe an meinen Kofferraum ran, hole mal eine Sniper. So wie jetzt gerade, der Polizist kommt gerade, hole mal eine Sniper hier raus. Also mit Opfer wird gesucht hier. Und ja, habe dann eine Sniper. Dann brauche ich den jetzt zum Dealer und das kostet nichts. Das wäre so meine Idee, weil ihm ehrlich gesagt, ich würde jetzt nicht den Sinn, wo es ja Sinn ist, wenn ich zum Beispiel einen Taser im Kofferraum rein tue. Ich glaube, das würde nur Kritik haben von den Spielern. Aber ansonsten, das Grundprinzip, auf jeden Fall, der Idee, echt gut. So, kommen wir zur nächsten Idee und dieses Video von Flo. Und Flo schreibt, ich wünsche mir eine Straßeneisterei. Und die Idee finde ich auch gar nicht mal so schlecht, denn ich bin gerade schon an den Ort gefahren hier, wo es relativ, ich sag mal, leer ist. Hier stehen zwar ein paar, wie heißen normalen Strommäster, aber ansonsten ist ja nicht viel. Hier sind ein paar Bäume oder sowas. Das wäre so ein idealer Ort für so eine Straßeneisterei. Das heißt, man könnte irgendwie hier so eine kleine Basis bauen und man könnte dann hier irgendeine Ausfahrt bei der Bundesstraße, Schnellstraße, wie man immer auch sie nennen möchte, parken. Und es gibt dann so die Funktion, dass man mit Straßen kaputt geht. Das heißt, zum Beispiel nach einer Zeit bildet sich der Teile hier irgendwie ein Schlagloch. Zum Beispiel hier. Hier ist ein Schlagloch, ein riesengroßer fettes Loch ist hier. Man fährt zum Beispiel mit dem Bugatti rein hier. Dann rumpelt es kurz hier und mein Auto fläht zum Beispiel an Leben. Zum Beispiel wäre halt eine Idee für eine Straßeneisterei. Straßeneisterei macht ja auch zum Beispiel Verkehrsschilder neu. Das heißt, man könnte es wieder kombinieren. Wenn ich jetzt ein Verkehrsschild kaputt fahre, dann muss die Straßeneisterei kommen und ein neues aufstellen. Könnte man auch machen zum Beispiel. Straßeneisterei, wie gesagt, hat halt zum Beispiel die Aufgabe, Straßen zu reparieren. Muss aber auch zum Beispiel defekte Lampen reparieren. Das heißt, die Lampe könnte ausfallen. Und dann müsste die Straßeneisterei kommen, die reparieren zum Beispiel. Oder halt ein Verkehrsschild ersetzen, weil es zum Beispiel zu alt ist oder zu kaputt ist. Irgendwie sowas könnte man machen. Das wäre auf jeden Fall auch eine echt coole Idee von dir. Und ich würde sagen, weiter geht zu den nächsten. Dann geht es weiter mit der Idee von GamingWastelBasti. Und er schreibt nämlich, wäre cool, wenn es einen Straßenmann gibt. Und da habe ich mir eben ganz kurz recherchiert. Tatsächlich gibt es in Hamburg seit 1970 keine Straßenbahn mehr. Die wurde abgeschafft. Deswegen würde es sich wahrscheinlich ein bisschen schwer tun. Also wenn es hier im Spiel eine Straßenbahn gäbe, wäre es halt wieder unlogisch. Ein bisschen, weil es gibt in echt, in echten Hamburg keine Straßenbahn. Deswegen wäre halt wie im letzten Video meine Idee, eine S-Bahn einzufügen. Die konnte man prima hier mit der vorhandenen Bahnstrecke, ich fahre mal kurz dahin, nutzen. Die haben wir nämlich genau hier. Und man könnte dann zum Beispiel so machen, dass zum Beispiel die Zuglinie hier, wo mein Mauswerger gerade ist, hier lang geht. So zum Beispiel. Und halt einmal um die Karte geht. Das heißt, man hätte eine wunderbare S-Bahn-Linie. Und man würde den Zug fahren. Weil seid mal ehrlich, Leute. Wer von euch nutzt jetzt heutzutage noch den Zug? Ich meine, das Update ist jetzt zwei Wochen her. Und seitdem habe ich, glaube ich, den Zug überhaupt nicht benutzt. Auch nicht als Langeweile oder sowas. Der Zug ist halt meines Erachtens derzeit nutzlos. Deswegen wäre auch mein Vorschlag, die Zuglinie zu erweitern. Einmal um die komplette Map hier rum. Oder meinetwegen auch durch die Map irgendwie herum. Durch irgendwie U-Bahn-Tunnel oder wie auch immer. Das wäre so meine Idee. Weil ich, wie gesagt, finde, ich nutze den Zug zurzeit überhaupt nicht. Aber gute Idee. So, weiter geht's mit der nächste Idee. Ich komme von HenrySchmidt8304. Und er schreibt, alle ihn abonnieren. Ansonsten knallt es. Ach so, stimmt ja, Leute. Habt ihr eigentlich schon mal einen Knall abonniert? Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann macht das gerne. Es kostet euch gar nichts. Und es wird mir enorm helfen. Auf jeden Fall gute Idee von HenrySchmidt. Und weiter geht's mit der nächsten Update-Idee. Und die kommt von Luise Bielover. Und sie schreibt, Update-Idee, dass es für 70 bis 80k XP einen Polizeichef-Job gibt. Und hat spezielle Funktionen. Und kann Leute, die mit kriminellen Teamen feuern kann. Und dass man Bankautomaten ausrauben kann. Also wahrscheinlich für den Bankautomaten ist er nochmal gesondert. Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Zu einer anderen Idee, glaube ich. Ich glaube, ich habe da noch irgendwas gelesen vorhin. Aber, dass es einen Polizeichef gibt, finde ich tatsächlich eine interessante Idee. Ja. Aber, Feuern, ja. Das heißt, die Polizeichefs, die kriegen ja so ein bisschen Teammitglieder. Also Entwickler des Teams kriegen ja Zugriff so ein bisschen. Die sind ja so im Notruf-Hamburg-Team. Und passen dann so auf, auf die Bösewichte. Tja, weiß ich nicht, ob man da Bock drauf hat. Ich zum Beispiel habe erst 20.000 XP. Also 70.000 XP ist erstmal eine Menge, Menge, Menge XP, die man da farmen muss. Deswegen, ja. Also das Prinzip verstehe ich auf jeden Fall. Weil es gibt auf jeden Fall böse Buben hier. Die Team auf jeden Fall. Und zum Beispiel gibt es auch böse Buben, die setzen sich zum Beispiel 20 Jahre auf den Stuhl. Da bin ich ganz seiner Meinung, dass es ein System geben muss für. Dass man zum Beispiel insgesamt nur eine Minute festgehalten werden kann vom Polizisten auf dem Stuhl. Oder irgendwie mit Handschellen. Und im Auto irgendwie maximal 2-3 Minuten. Da bin ich ganz dafür. Aber dass ein Spieler den Job eines Teammitglieds im Entwicklerstudio so übernimmt. Und die Polizei, ja, weiß ich nicht. Sehr komplex. Also wie gesagt, ich finde die Idee gut. Und ich verstehe auch deinen Gedanke. Weil es gibt auf jeden Fall Teamer und böse Polizisten. Die fesseln einen auf dem Stuhl. Und dann LOL, Noob und Easy schreiben die dann und sowas. Da muss es auf jeden Fall ein System geben, dass der Polizeichef das übernimmt. Das fühle ich jetzt nicht so unbedingt. Aber ja, ja, nee, nee, nee. Also wie gesagt, ich finde die Idee gut. Ich verstehe auch deinen Gedanke dahinter. Ihr könnt ja mal gerne eure Idee dazu schreiben. Polizeichef ist bestimmt mal eine interessante Idee. Dass es halt einen einzigen auf dem Server geben kann. Was der so dann insgesamt kann. Keine Ahnung, wie auch immer. Müsste man dann nochmal gucken. Aber ja, die Idee ist ganz gut. Und dann geht es auch weiter. Tatsächlich ist das die letzte Idee schon gewesen. Und die letzte Idee ist von Luise nochmal. Dass man Bankautomaten ausräumen kann. Das heißt, wir haben ja hier in der Bank zum Beispiel Automaten. Und das finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Ich weiß ja noch nicht so genau, ob ihr es gehört habt. Dieses Sneak Peek gab es ja jetzt irgendwie von Entwicklern. Dass man vielleicht eventuell in geräumer Zeit ein eigenes Bankkonto haben kann. Und das eben, ähm, ja, anderen Spielern ein bisschen Geld überweisen kann. Da würde ich es nochmal geil finden. Wenn auf der ganzen Map Geldautomaten verteilt sind. Zum Beispiel ist hier ein Geldautomat. Oder halt irgendwie beim ADAC. Oder Ostertankstelle Hofladen. Und dass man dann auch hingeht, wie beim Automaten. Einfach Gegenhaut. Und dann liegt da Geld rum, ne? Und der piept dann vielleicht so irgendwie nach gefühlt 10 Sekunden. Oder 2 Sekunden. Ich weiß gar nicht, wie es beim Automaten ist. Und dann kommt eben die Polizei. Und muss halt versuchen, den Dieb zu schnappen. Das wäre auf jeden Fall eine coole Idee. Dass es halt dann noch ein Alternativ zu Automaten gibt. Vielleicht, dass die sich auch irgendwie den Platz teilen. Aber gut, ich meine Automaten. Der ist irgendwie mitten, mitten manchmal in der Wallachei. Da steht kein Geldautomaten in echt. Aber die Idee ist auf jeden Fall ganz gut mit Geldautomaten. Ich weiß noch nicht so, was die Entwickler geplant haben. Die meinen auf jeden Fall irgendwie, dass es bald ein Bankkonto gibt. Auch mit E-Scooters soll da wohl irgendwie in der Richtung irgendwas gehen. Und, ähm, ja genau. Und dann würde ich auch sagen, war es das für heute mit dem Updated-Video. Wenn ihr noch weitere Ideen habt, schreibt es gerne unter diesem Video hier. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, haut rein.